So, gut. Dann hauen wir uns heute. Ich würde sagen, wir hauen uns heute wieder mit dem Rogue mal wieder rein. Das letzte Mal haben wir den Zauberer auf 51 gespielt. Da wollte ich ein bisschen Frostsphere ausprobieren und das hat echt Spaß gemacht. Vielleicht werde ich den auch noch auf Level 100 machen. Ich bin mir nicht sicher, aber irgendwie habe ich jetzt wieder Bock auf den Rogue bekommen. Da möchte ich unbedingt den Hartziger-Bild probieren, weil der sah so spaßig aus. Außerdem sieht der echt cool aus, muss ich sagen. Der sieht richtig nice aus. Achso, ja, wir haben hier einen Shop. Und ich verstehe nicht, warum der Sound aus ist. Das hatte ich gestern auch schon. Ab 21 Uhr, okay. Ah, jetzt. Jetzt wird er da. Da-da-da-da-da-da-da-da-da. Oh Gott. Bekommen PTSD von dem Song. Den habe ich fast zwei Wochen in meinen Roulettes bekommen. In Final Fantasy 14. Ich weiß es gar nicht. So, ähm... Wo bin ich, bin ich bei... Bin ich noch... Na, Weltschule 2 sind wir schon mit ihm. Sehr gut. Höllenflut ist tatsächlich gar nicht aktiv gerade. Okay. Ich hole mir mal den Punkt da unten. Oh, sie ist hier. Oh mein Gott. Schauen wir uns mit ihm das Set auch an. Ein Pad habe ich ja auch. Das stimmt. Das Pad muss ich auch noch holen. Für ihn. Ähm... Ist es das hier? Ah ja. Das ist das. Das wäre das... Das Set, was wir bekommen haben. Das Tunnelset. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Verwerfen. Ich will den so lassen. Und ein neues Schwert haben wir bekommen. Stimmt. Das gab es gestern. Das habe ich mir gestern geholt. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das gab es for free. Die letzten Tage. Da musste man sich einfach nur einloggen. Sieht auch nicht schlecht aus. Das gefällt mir aber. Schon besser. Ähm... Gefährten. Genau. Die werden hin wieder. Krita, du brauchst dich nicht schlecht fühlen, dass du in letzter Zeit nicht hier warst, weil in letzter Zeit habe ich auch nicht viel gestreamt. Da brauchst du dich überhaupt nicht schlecht fühlen, aber auf jeden Fall gute Besserung, das klingt nicht so schön, aber wie gesagt, da brauchst du dich überhaupt nicht schlecht fühlen, wenn du kannst, kannst du, wenn nicht, dann nicht, aber wie gesagt, ich war sowieso nicht viel online die letzten zwei Wochen. Deswegen, was nehme ich denn da? Ich lasse einfach ein Schaus, Schrei, lass mir das. Oh, ich finde dieses Mal einfach so cool. Ist mein Pet? Ist mein Pet nicht da? Ich brauche die Tränke von meinem Mädchen. Ich habe das seit Jahren ständig ist etwas, mit dem ich inzwischen einfach lebe. davon fragen, was genau. Ich glaube, das war das hier oder? ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oha. Mia! Ey, dankeschön, Mia! Und Servus, Servus! Vielen lieben Dank! Ich hoffe, alles gut bei dir. Ah, Depressionen. Ja. Das ist ätzend. Ich habe mir auch mal sagen gelassen, Depressionen verschwinden nie ganz. Man kann einfach nur lernen, damit zu leben, wie man da am besten umgeht damit. Und Dankeschön, Mia! Klar! Sehr gut! Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, Pritta! Ach so, ja, jetzt habe ich meine Tränke nicht geholt. Ich Vogel. Mein Pett ist auch irgendwie nicht da, oder? Nein! Weig! Sieht gerade jetzt. es edus tinga Kein Schaden an ihm. Oh, was war das hier? Was blinkt da? So, jetzt müssen wir noch mal schauen hier. Was habe ich denn da alles schon? Ich glaube, das war es. War ich das beim Dash schon? Was habe ich? Oh, warte mal. Das habe ich auch schon. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Ah, da fehlen mir ein paar Sachen. Wollen wir das erstmal auf 5? Hey Steve, servus Pablo 4. Oh yeah. Eine kleine Runde Pablo 4. So schaut es aus. Oh, die kann ich noch gar nicht verwenden. Wenn du siehst. Stimmt, die hast du ab 35, ne? Aber die... Die hier kann ich schon verwenden. Nutzen wir noch den Segen der Mutter. Müssen wir den Buff noch ausnutzen, weil der ist bald wieder weg, ne? Wie gesagt, ich habe nicht so viel gespielt, die letzten 2 Wochen, muss man jetzt wieder ändern hier. Es ist halt nur blöd, dass ich jetzt krank geworden bin. Bisschen ärgerlich. Wann wachst du immer mal. Es ist, wie es ist. Sollte Du, 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 du. Geht aber gerade überall was rum, ja. Ja, es ist halt, es ist halt, das Schlimmste ist halt im Sommer krank zu sein. Ich habe es vorhin nicht gesagt, ich bin nur froh, dass die letzten Tage jetzt relativ kühl bei uns war in Österreich. Oder beziehungsweise in Wien. Wir hatten nur 14, 15 Grad. Darüber bin ich wirklich froh, weil hätten wir jetzt so 30 Grad, ich meine, hätte gut sein. Können, ich meine, wir haben Juni. Das wäre für mich eine Qual. 30 Grad und dann so grippeartige Symptome, gar nicht schön. Nicht schön, nicht schön. Ganz allein in der Finsternis. Bitte, helft mir, mein Baby zu finden. Aber ich glaube, 11 Grad. Das war's für heute. Nicht allein gelassen. Ja klar. Vielleicht sollte ich mein Gier nochmal ein bisschen aufwerten. Hier mit Aspekten und so zum Leveln. Weiß ich, ob das Worth wäre. Das coole ist, das coole an dem Build ist, ich bin ja so ein Fan von Builds, wo man nicht viele Uniques braucht. Oder sogar Uber-Uniques. Da bin ich ein Fan von und der Herziger-Bild ist so ein Bild. Tatsächlich. Heute hier 13 Grad, ja. Ja, bei uns auch nicht viel. Viel wärmer. Wie gesagt, bin ich hier froh. Hört auf zu heulen. Du Domi, mein Rücken heute, ich sag's dir. Oh, das gibt's nicht. Jetzt sind wir schon wieder fertig hier. Oh. Schatz-Goblin. Ein kleiner Goblin. Wie man da vorne läuft. Ich hab' ich sehen, ein kleiner Stinker. Wo ist er? Darf das schon mal sein? Ein bleder. Oh, nein. Schatz-Goblin. Jo! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh ja. Direkt bessere Waffen hier. Bär. 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 Oh. okay hey caldo servus wie geht es ja ja alles gut da ist gut man man lebt halt nur man lebt so dahin auf bei dir auf bei dir wieder besser die den tüten tüte tüte es also die die tüte der die so gut Dututup Dutup Dutup ein fein mal gern noch ein wenig verschwunden dort gilt sich durch sehr gut sehr gut bleibt uns eh nichts anderes übrig wie ist man mich das muss durchbeißen Dut tu 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 äh das ist das ja Was kommt auf die Hose? Haben wir das? Ja. Herausragendes Ergebnis. Ich meine, das zahlt sich, glaube ich, eh nicht mehr aus, weil das werde ich nicht machen. Was holen wir hier auf? Gar nichts. Ach gut. Ich meine, das zahlt sich, glaube ich. Das war Diddy Kong Racing, ja? Links oben steht eh immer, welches Lied das ist. Jetzt gerade von Final Fantasy 9. Terra. Richtig, entweder durchhalten oder am nächsten Baum aufknüpfen, das muss noch nicht sein. Triff. 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 Ein wahrlich überlegenes Produkt. Oh. Haben wir das nicht? Verdammt. Habe es. Den Aspekt habe ich leider nicht. Okay, egal. Ich lasse das so jetzt. Ein bisschen verstärkt habe ich ihn. Jetzt zum Entspannen nach Feierabend. Eine Runde League of Legends. Ich könnte mir auch nichts Besseres eigentlich vorstellen, als eine Runde League of Legends. Zum Entspannen. Kann ich mir eigentlich gar nicht wirklich vorstellen. Kann ich mir sehr gut vorstellen, ja klar. Freundscher Versprecher hier. Ach, ich bin da meist echt entspannt. Ja, ist ja alles Einstellungssache. Wenn du dann wieder so ein Team-Mate hast, der dir sagt, wie du zu spielen hast und was für Fehler du nicht alles machst. Die Leute, die sich ständig so beschweren, sind meistens selbst Spongebob's. Die größten Spongebob's. Seht genau hin. Überall Blut. Aber nur ein Stück? Ein schneller. Und sie haben ihre Überreste gemacht. Hey, hey, Paddy. Servus, servus. Du hast richtig gehört, Chiden. Du 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 Oh dieser 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 leopard oder was das ist der ist richtig nice Was ist das hier? Wir suchen nicht mehr Der Baum Zum Baum gehen wir später Klingt immer noch sehr kränklich Ja, deswegen auch keine Cam heute noch Schauen wir mal, wenn ich wieder die Cam anmache Das Lied ist geil Schauen wir mal, schauen wir mal Kann ich für meine Mimimi-Patienten verwenden, ja Sei kein Spongebob Klingt n Rüsselpaste Weiss nicht genau, was ich hab Irgendwie sowas, ja Seid kein Spongebob, einfach Schwamm drüber. Na, 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 na. Ich muss sagen, der Speerfire-Bild macht auch Spaß. Boah, ey, little Goblino, steh geblieben. Eh! Thi-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Mm-mm. Un, 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 un. Lampampampampampau. Un, 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 un. Un, 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 un so ist das mit normal games ich will mir einen neuen pc holen teilweise kriegst nichts vernünftiges unter 1,8k richtig heftig irgendwie ja die preise sind heftig ja das stimmt das stimmt das stimmt ja wir beide sind hier fertig sind wir fertig verdammt ich kann nicht überspringen mein pc habe ich vor neun jahren fast gekauft und der brummt unnormal wenn ich Diablo 4 starte kannst spielen aber nur auf normal wie so und da kann das dann schon mal ruckeln wenn zu viel action ist beim weltboss ja gut neun jahre sind schon ordentlich ne das ist schon ne zeit ja alles wird teurer alles wird teurer sieh 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 Was ich aber am allerschlimmsten finde, ist, dass die Lebensmittelpreise so teuer sind in Österreich. Das ist crazy. Das ist wirklich... Lass es von mir aus irgendwelche materialistischen Sachen, okay, lass sie von mir aus teuer werden, aber kommen wir auch nicht bei Lebensmitteln, also das ist halt, keine Ahnung. Das ist wirklich, also das ist unverschämt, das ist wirklich absolut unverschämt. Scheiße ÖVP, muss ich auch mal sagen, Alter. So, jedes Land macht irgendwas dagegen, aber unsere kriegen es nicht gebacken, Alter. Also da kenne ich keinen Spaß, also das Lebensmittel ist ganz irre, wirklich. Also da kenne ich. Ja. Ja. Na. Ja. Okay. Ja. Ja. Ja, stimmt. Ja. 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 Ja, ich meine Lebensmittel sind eh überall teuer geworden, ich weiß eh durch die Inflation und so, aber in Österreich, in Österreich, ich meine das war ja vor ein paar Jahren oder vor ein, zwei Jahren, diese heftige Wirtschaftskrise, Inflation und sowas halt, aber bei uns hört es halt nicht auf, es wird immer teurer, bei uns hat es immer nur so kleine, das ist halt immer so, weiß ich nicht, letztes Jahr gab es irgendwie so einen Hunderter oder so, das ist irgendwie, keine Ahnung, dass man so einen zusätzlichen Hunderter kriegt, weil die Preise so hoch geworden sind, aber das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein halt. Als ich hergezogen bin, kamen ich und Nero mit 300 Euro im Monat gut okay aus, mittlerweile hebe ich für einen Einkaufsgeldbeutel 350 ab und das reicht nie, endet meistens bei 400, ja, ja, es ist crazy, es ist wirklich sehr teuer geworden bei uns in Österreich, das ist wirklich verrückt, das ist, ich finde, das geht halt gar nicht, bei Lebensmitteln, wie gesagt, lass es von mir aus irgendwelche, irgendein materialistisches Zeug sein, aber Lebensmittel, keine Ahnung, das ist, das brauchst du halt zum Leben. Und da ist unser, unser, unser Bundeskanzler da, da hat er auch nicht wirklich glänzt, ne, wo er da mal gesagt hat, mit, mit, ähm, ja, aber so ein Hamburger beim McDonald's kostet 1,20 Euro oder so, ne, äh, Alter, was heißt, warme Mahlzeit kann man sich nicht leisten, dann geht man halt zum McDonald's und kauft sich einen Hamburger für eins, wie weiß ich, was er da gesagt hat, eins, 40, eins, 50, oder keine Ahnung, also das war, also das war, das fand ich so frech, das war eine absolute Frechheit. Ah ja, es ist, was es ist, ne, Du, 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 Geschicklichkeit, oh ja, Oh yeah, gute Sachen, gute Sachen. Kann ich euch helfen? Anfangs wurde es EU-Wert mit dem Krieg gerechtfertigt, das gilt ja inzwischen auch nicht mehr. Ja, eh, und, und das ist ja das, ne, keiner, ich habe letztens auch einen Artikel gelesen, keiner weiß, warum die Lebensmittelpreise steigen, keiner weiß, warum. Keiner, keiner kann sich's erklären, halt, ne, aber die Politik macht halt auch nichts dagegen. Es gibt keinen Grund im Grunde, ne, aber die Politik macht halt auch nichts dagegen, dass es, dass es, äh, dass es nicht weiter steigt, ne. Da muss halt irgendwas kommen. Ich mein, Lebensmittel müssen sich die Leute halt kaufen, ne. Das ist halt... Falls du übrigens ein Capybara im Moment willst, hätte ich da was. Hab das heute als Langeweile gezeichnet, mit Mandarine auf dem Kopf. Geil, leider. Das wär geil, ja. Hätte ich gern. Das hätte ich gern. Aber ja, lass mal, lass mal über ein anderes Thema reden. Das ist eh ein Scheiß-Thema. Kann man sich nur aufregen. Ah, zeig mal, Fadi. Wie benennst du das im Mode? Dann ja vielleicht Capy oder so. Nicht Kapha, sondern Capy. Ich schick's dir mal, war halt eher recht schnell, also nicht nur krass zu erwarten. Aber ich bin gespannt. Ich mache das Gewöhnliche zu etwas Besonderem. So, was brauche ich hier drauf? Äh, hoch. Ich probiere das mal. Findet ihr da was? Ich glaube, das habe ich nicht. Ich glaube, die Leute. Ist es das hier? Yo, da siehst du es. Das passt schon. Okay, dann hauen wir uns jetzt wieder... Warte, jetzt geschickt. Okay, das sieht witzig aus. Ich werde es nehmen, Fadi. Geil. Ich will sehen, du machst mich neugierig. Ich muss Padi fragen. Da, da, da. Es ist getan. Ich weiß nicht, wie ich es zeigen kann. Warte mal. So kann ich es machen. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich weiß nicht, wie es ist. Labe dich. So, hier. Oh ja, das finde ich gut. Jo, danke dir, buddy. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, da war ein little Goblin, den ich nicht gesehen habe. Verdammt. Ah, der ist weg. Viel sad, man. Ach so, ja, wir haben ja hier die Jäger-Quest auch schon fertig. Jetzt haben wir die Combo. Und merkt es direkt. Du-du-du-du-du-du-du. Oh, ich liebe einfach die Geschwindigkeit. Das ist einfach super. Und dann geht's. Das war's. 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 Das finde ich bisschen schade. Die. Der precisamente sehe Dinge damit wir froh sein können dass ihr nicht so aussehen. jetzt kommen schon wieder die Flames wir sollten nur froh sein, dass er überhaupt da ist bzw. gehört Domi mit Wadenwickeln und einem Tee ins Bettchen ja, ich bin heute eh lange im Bett gelegen also ein bisschen ich meine wie Jen halt auch sagt ich verstehe Domi voll, dass er zockt, wenn er krank ist habe ich auch immer gemacht das habe ich auch immer gemacht also zocken konnte ich immer aber halt ja eher im Bett halt so vom PC ist halt auch nicht immer chillig aber jetzt geht es vor allem weil ich eh den ganzen Tag im Bett lag eigentlich irgendwann will ich da auch aufstehen irgendwann hast du genug vom Bett die Tochter des Hasses die Tochter des Hasses Ablenkung ist viel wert, auf jeden Fall auf jeden Fall auf jeden Fall ich bin, ich bin auch ganz froh, dass das meine Nase ist gerade so ein bisschen trocken oh, Shadow, dankeschön und willkommen ich habe gerade ein bisschen Ruhe von meiner Nase ich will es gar nicht verschreien die ist hier schon voll aufgerieben du 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 oh, Little Goblino stehen, du stinker Tuchleck und dann Ich glaube mit 40 werde ich Voltier 3 machen Oh, war nur noch einer Ich habe mit dem Controller unter meiner Decke gezeigt Klassiker halt Hab den zum Leveln gespielt, das ist easy going damit. Echt jetzt? Ich habe vor, dann auf Level 50 zu wechseln Schwierig Spannung 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 Ich habe es geschickt, habe es schon ein bisschen sauberer gemacht. Danke, Paddy. Dankeschön, Dankeschön. Beim nächsten Mal haben wir es dann drin. Könnt ihr das hören? Was denn, Mia? Hä? Ich bin verwirrt. Ich muss nur Bescheid geben, ob es zu groß ist zum Hochladen. Obwohl ich finde, dass die Augen jetzt nicht mehr ganz so Rumpy aussehen. Ich finde es cool. Vielleicht haue ich es dann in der Pause. Oh mein Gott. In der Pause rein. Nein. Nein. Ja, Dankeschön. Meins, kann ich jetzt schon Harzika spielen? Darf? Meins, echt? Ich habe kein Harzika-Bild gefunden, nämlich. Also zum Leveln. Ich meine, klar wird es gehen irgendwie. Da, der посмотрat. Da, der ist bei mir. Da, der ist nicht mehr. Da, der ist nicht mehr. Da, der ist nicht mehr. Da. Das Bett ruft. Es ist ganz deutlich zu hören. Meins hat gesagt, hau ab. Meins hat vorhin gesagt, hau ab, du Stenker. Alles klar, Toya und Mia, gute Nacht, schläft's gut. Schläft's gut, schläft's gut. Danke fürs Dabeisein. Ich schniefe auch rum wie du, weil die Nase zu ist, gleichzeitig läuft. Ich hasse meine Allergie, ja, das ist auch ekelhaft. Hast du eine DM? Ein harziger Level-Build, oder was? Also kein Level-Build, ne? Das ist ein normaler Hardseeker-Endgame-Bild. Ist das ein Level-Build? Oh, bei mir steht da nichts. Das ist ein Tab. Achso, warte mal. Ich kenn die Seite nämlich nicht. Ähm... Wo genau? Endgame... Ah, da, Leveling. Oh ja, oh ja. Ja, 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 oh ja. Uber-Endgame mit Game-Leveling. Okay, ich hab's. Okay, dann probier ich's. Oha, der Kopf ist da. Der Kopf von der ganzen Star-Party. Nice. Ich werd trotzdem nur das Hinterteil verwenden. Das ist... Das... Das hat sich schon... Das ist... Das ist schon ein Meme. Okay, dann probieren wir's. Ich hab eh Bock, den ein bisschen... Ein bisschen zu testen. Respekt-Modus. Der Hardseeker. Der Hardseeker. Der Hardseeker. Oh, okay. Warte mal. Schatten-Schritt. Oh, das ist auch cool. Mit Schatten-Schritt zu spielen. Hab ich auch gern gemacht. Die Krähenfüße. Die Krähenfüße. Oh, der ist richtig mobil, ne? Das ist richtig nice. Aber da kann ich doch nicht alles verwenden, was ist das denn? Hä? Okay, das verstehe ich gerade nicht so. Warum man das beides da verwendet, aber gut, egal, ich lasse mal. Ich weiß nicht, ob ich das nicht verwendet habe, aber ich weiß nicht, ob ich das nicht verwendet habe. Aber das habe ich auch noch nicht. Oder habe ich falsch geskillt? Okay. Ah, okay. Dunkler Schleier hat man nicht in der Leiste. Ich verstehe. Hey Nero. Servus. Ahoi Ahoi. Hm, dann hat man das hier. Was war das nochmal? Verschleierung macht euch unsichtbar. Das ist ja crazy. Der Bild ist echt heftig. Also von den Fähigkeiten her. Die Frage ist halt, habe ich die Aspekte jetzt? In allen Dingen steckt Magie, ich zeige es euch. Oh, ich habe... Oh, ich weiß nicht. Amen. Ich glaube, ich habe den Aspekt gar nicht. Ne, habe ich gar nicht mit Dark Shroud. Okay, egal. Ich lasse es jetzt erstmal so. Ich muss mich an die Seite gewöhnen. Die Seite ist echt... Oder ich nehme gleich den Bild, den ich habe. Im Grunde. Ich meine, wenn das so auch geht. Ich habe jetzt nicht vor den Guide, ich habe ein Bild, den ich mir eigentlich machen will. Ich finde es schade, dass es noch keine Bild-Seite gibt, wo die Aspekte und so die Namen wechseln. Wenn man die Seite auf Deutsch stellt zum Beispiel. Ja gut, ich meine, jetzt ist es schon leichter irgendwie, wenn du hier irgendwas eingibst. Du kannst es hier suchen. Schaust einfach, also nicht irgendeinen Aspekt, der jetzt Glückstreffer oder sowas hat. Gibst einfach Glück ein. Und dann hast du alles, wo überall so Glückstreffer drin sind. Das haben sie eh ganz gut gemacht eigentlich. Also es ist jetzt einfacher als davor. Ich müsste halt nur schauen, wo ich die Aspekte halt freischalte. Aber ja, für Bild ist es halt auf jeden Fall besser, wenn man das Spiel auf Englisch hat. Dann muss man es nicht immer wieder übersetzen. Ich übersetze halt immer. Ich spiele auch lieber auf Deutsch. Alle, die ich persönlich kenne, spielen es auf Deutsch. Ja. Ist ja alles Geschmackssache. Sandro spielt zum Beispiel auch auf Englisch. Eben aus dem Grund, ne? Weil er, wenn er irgendwas nachschauen will, dass er nicht irgendwie übersetzen muss. Das nervt ihn halt. Aber ja, ich mache das halt auf Deutsch. Vor allem, weil ich streame. Ich weiß nicht, wenn ich off-stream spielen würde, vielleicht würde ich es auch auf Englisch schauen, aber... Aber alleine, alles, was ich in meinem Stream hier streame und spiele, immer alles auf Deutsch. Ist halt ein deutscher Stream und deswegen... Und es gibt halt heute auch noch Leute, die halt nicht perfekt Englisch können und ja. Ist ja auch okay. Okay. So, was wollte ich jetzt machen eigentlich? Äh... Ich meine... Ich meine... Ich kann es mal probieren hier. Probieren wir mal... Probieren wir mal so. Mit dem Bild jetzt. Was darf es sein? Was darf es sein? Was darf es sein? Steam?! Also mit Steam habe ich nie Probleme gehabt. Steam läuft eigentlich relativ stabil. Bei mir zumindest. Das läuft überhaupt nicht. Ich habe die Aspekte nicht geändert. Aber ich wollte es einmal so testen, aber das kann ich vergessen so. Schauen wir mal, ob ich die habe, ne? Ich habe viele schöne Stücke, edel und selten. Da, 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 da. Heute keine Facecam? Na, ich bin leider, leider ein bisschen krank. Ich bin leider nicht. Das war's für heute. Da-da-da-da-da-da Ja gut, ich meine, das wird jetzt nicht viel bringen Hä? Hä? Das ist es Opsala Nein, alles gut, Sa, Dankeschön Das Angebot habe ich schon öfters bekommen, aber ich will am liebsten selbst leveln Das macht mir am meisten Spaß Alles gut, Sa Danke dir, danke dir Warum machst du das, Inselmensch? Ich bin wie ein Wurm zusammengesackt und vor der Couch gehangen wie so ein Etwas Ich bin eh gerade so ein bisschen auch am rumschauen, wie man den Bild macht und wie man den spielt und so Deswegen Wenn man dann direkt hoch gerusht wird, ist es halt so Ich meine, es ist gut, wenn man weiß, was man macht oder wenn man das schon mal gespielt hat, aber Ich habe es halt noch nie gespielt, deswegen Ich habe es halt noch nie gespielt, deswegen Oh, das werde ich auch nicht haben Oh, das werde ich auch nicht haben Oh, ja, habe ich Oh, nein Oh, nein Oh, nein Oh, nein Oh, nein Okay, lass noch mal rein jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Oh, das muss ich ändern, das stört mich hier. Oh, ich mach dazu keinen Schaden. Oh gut, geht besser. Oh ja, es geht. Ich glaube, Barrage wird trotzdem besser. Ich glaube, mit Sperrfeuer macht noch mehr Schaden. Ja, 100%. Oh. Ich meine, man kann es spielen. Ja. Man kann es zum Level, aber wie gesagt, Sperrfeuer ist zum Level bis 50 wahrscheinlich. Wahrscheinlich besser. Ja. Zumindest so jetzt vom ersten Eindruck. Oh. Hmm. 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 Ja. No, dass du das machen kannst. Ja, also relevant. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Das war's für heute. es gibt ein update ok im boss bekämpft den lords und die arena war recht großflächig starr geben sie mit zwei stunden war es bei dem oder was klingt herausfordernd du 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 ja 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 Hmm, hmm hmm. Oh, das muss ich ändern. Das will ich ändern. Das muss ich ändern. Das war's für heute. 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 Hmm. Das war's für heute. 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 Okay. Okay. Das war's für heute. 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 Oh. Okay, jetzt kann ich noch nicht. Willkommen zurück, Critter. Bis zum nächsten Mal. Was ist das denn? Das ist ja noch nie gesehen, den Aspekt der Elemente. Das ist ja witzig. Ah, welch ein Glück. Das ist ja witzig. 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 Hallo Noah. Ich glaube das ist es. Okay. So weit, so gut. Zwei Sachen fehlen mir noch. Aber egal. Das passt schon. Ich bin ready. Ich meine wir werden trotzdem nicht viel Schaden machen, aber egal. Beißen wir uns einfach durch. Dann wird es umso schöner sein, wenn wir Erfolge haben. Dann wird es umsonst. Ja, 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 ja. Obra, 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 obra. Obra, 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 obra. He, ho, geh mal weg. Oh, geh mal weg. Den krieg ich glaube ich nicht, den schaff ich nicht. Den hab ich gestern auch nicht geschafft. Ja... Den hab ich gestern mit meinem Zauberer auch nicht geschafft, diesen Endboss da, der ist zu heftig. One Shot hat er einfach... Ist das ein Hund? Der Drecksack, ey. Hm-hm. Der Fall am Glut. Der Fall am Glut. Oh nein! Alles klar, Nero. Dankeschön, Dankeschön. Gute Nacht. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Tum 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 das lohnt sich eigentlich gar nicht und sich gar nicht die ganzen aspekte darauf zu tun wenn ich hier ständig neue items bekommen aber manche aspekte brauche ich halt nur damit schauen das hat das problem deswegen ist das wahrscheinlich nicht so gut beim leveln beim sperrfeuer bild ist es nicht so tragisch wenn du da nicht die aspekte direkt hast zum 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 som auf drei das Jetzt haben wir auch noch 3. 3 3 3. 3 3 1. Das ist noch alles eigentlich in Dingsbums. In Dark Shroud rein Pulver. Dingsbums. Das kleine Arschloch. Wenn ja, wie findest du den? Ich hab ihn früher angeschaut, das ist wie ein kleines Arschloch, der war ja immer so in diese alte Frau und so verknallt, aus einem abgefahrener Film, aber fand ich witzig den Film, aber schon lange her. Er und der Opa, ich glaub der Opa wurde sogar von Helge Schneider gesprochen, kann das sein? Das war eigentlich ganz cool. Ja, wurde ja. Werner ist aber auch gut, ja Werner ist auch super. Ich sehe so ein ähnlicher Zeichen, Zeichenstil, gell? Aber ist glaub ich nicht vom gleichen Macher. Wenn ich durchs Leben tourne, wartet auf dich schon die Urne zu sorgen. Ist halt neiger nach Humor halt, ne? Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht jedem schmeckt, der Humor, aber ich fand den ganz witzig. Ist halt schon auch sehr, sehr dunkel, ne? Ja. 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 Ja, das ist abused. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nämlich dabei das. Hey Backdraft, Servus! Ich hab die Fußballspieler in den Werner Filmen geliebt. Die sind super, ja. Schiffern, das ist was auf einem Markt in Wien. Kiel-Holz-Bayern, ja genau. Das war gut. Gute Nacht, dieser Mensch. Schlaf gut, schlaf gut. Und Prost, Jen, auf die Gesundheit. Prost, Prost, Prost. Ne, ich hab Wasser. Ich hab Wasser hier. Ich hab hier Wasser. Das war das Elemente, gell? I-I-I-Lim. I-Lim. Ich werd gleich, äh, die Items auch härten. Vielleicht haben wir da irgendwas Gutes. Was haben wir hier? Was war ich Chance? Nehmen. Das nehm ich. Mal ausweichen. Schaden gegen verwundbare Ziele. Ich glaub, das wird mir nicht gegönnt sein, oder? Irgendwie nicht. Ah, doch. Nehmen wir dann Ausweich Chance. Ich mein, gegen maximales Leben hab ich auch nix. Passt. Passt. Bewegungsgeschwindigkeit wär nice. Auf weich. Ich habe leider Pech gehabt. Man, Games entwickeln ist so viel frustrierender und schwerer, als es aussieht. Ja, also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Boah, haben wir da dieses Hardseeker-Dings? Herr Sucher, Herr Sucher, Herr Sucher. Schau, dass Herr Sucher-Projektile zweimal abgefeiert werden. Boah, das wäre nice, wenn wir das haben. Einstich. Boah, Dauer von Herr Sucher. Ah, nicht Dauer. Shit. Boah, das ist aber Hard vom 5. Boah, das ist ekelhaft. Das ist ja richtig ekelhaft. Ja, das ist schon verkackt. Wie ekelhaft ist das? Könnte man auch hier nochmal. Probieren wir hier auch nochmal. Ich kriege einfach nicht das mit Herz Sucher. Nur Dauer. Nicht einmal. Nicht einmal. Nicht einmal. Nicht einmal. Boah, wie jetzt ist das denn? What? Ich habe es nicht einmal gekriegt. Bis jetzt. Schon wieder die Dauer. Ein Stich. Wow. Das ist crazy. Okay, immerhin. Ich hatte zwei Riesenprobleme die letzten Wochen, die ich endlich gefixt bekam und nun habe ich wieder was. Wo ich nicht mal verstehe, wo das Problem ist. Eieiei. Das klingt nicht schön. Das klingt gar nicht schön, ne? Okay, immerhin. Okay, okay. Ruhigt sich jeder. Okay. 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 Das war's für heute. Okay, das wird mit der Waffe wird ein Krampf werden, aber ist okay. Ist okay. Ah, komm, komm. Denk mir gerade, ich, ich verwundbar, ich mach die Gegner ja nicht verwundbar. Was mach ich denn das am besten? Fehlt mir irgendwas. Wenn ich jetzt die Items auch auf verwundbar gehärtet hab. Irgendwas fehlt mir da noch. Ich muss mir das nochmal anschauen. Nein! Also ich kann das niemandem empfehlen, was ich hier mache. Levelt lieber mit Speerfeuer. Oh, das ist ja. Oh, 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 oh. Warte, ich könnte noch eine Truhe öffnen. Da oben. Nein, die ist ab 150. Oh Gott. Warte, wollen wir noch eine? Schnell, schnell, schnell. Oh, ab 125, kein Glück. Schnell, 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 schnell. Hmm, hmm. Hmmmm Also das mit dem Härten lasse ich jetzt Das ist ein gutes Omen Die Schmiede ist heiß, falls etwas bricht Ich weiß, was mir fehlt Was sehr wichtig ist tatsächlich Aber ich weiß nicht, ob ich das kriege Was ultra wichtig ist eigentlich Das ist crazy Ich glaube, das werde ich niemals kriegen Das sollte ich mir noch sparen Ich brauche einen Ring Mit Glückstreffer Chance Dass mir die Gegner Dass ich hier verwundbar mache Das ist hart Das kriegst du ja fast nicht Oops Das kostet so viel Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt kriegen kann Ja gut Ich meine jetzt in dem Low-Level-Bereich ist sowieso egal Ohja Wir haben uns das mal da unten Ein Samurai-Pokémon Das wird ein wilder Ritt hier Das wird ein wilder Ritt mit dem Rogue Wenn ich den jetzt wirklich hochziehen sollte Ich meine, der Bild macht so schon Spaß Wenn der jetzt mehr Schaden machen würde noch Wäre das schon ein geiler Bild irgendwie Ich weiß nicht, ob ich die Schaden mache Die Tochter des Hasses fordert Blut. 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 Was ist das denn? Eine Bedienungsanleitung? Die Tochter des Hasses fordert Blut. 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 Alter, ich höre gerade 80er Musik. Da wurde mir ein Song namens Homo Dance vorgeschlagen. Okay. Er kennt ja dieses eine Lied von Alexander Markus. Homo Dance, Homo Dance. Aber das ist ja kein 80er. Ah, eh das Lied. Achso, eh das. Alle tanzen den Homo Dance. Nein, das ist kein 80er. Das ist so ein Troll. Das ist ein absoluter Troll. Na 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 na. Ja, noch dieses Lied. Dieses Papaya, Papaya. Das war eh lange, lange ein Meme. Da, 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 da. Schande über mein Haupt, dass ich das nicht wusste. Na gut, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Das muss man nicht unbedingt kennen. Da, 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 da. Wie viele Gegner, holy moly. Meine Güte, der Boss, der Boss one-shottet mich immer. Ah, was mach ich? Da will ich ja gar nichts hinein. Da, 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 da. Da, 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 da. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 60. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Oh, merkt ihr jetzt schon? Den Damage-Unterschied. Ja, das geht gut ab. Gut ab, das geht gut ab. Jetzt, jetzt, jetzt wird's langsam. Sag's euch, Leute. Warum verschwindest du, du verdammter Goblino? Anscheinend hat die Salve geholfen vorhin, ja? Meine Nase ist so komplett ausgetrocknet jetzt irgendwie. Ich meine, sie ist voll, aber sie ringt nicht mehr. Anscheinend hat das ein bisschen geholfen. Hätte ich schon früher machen sollen, ne? Und ja, darf man, man kann ja mit, mit allem kann man leveln im Grunde, ne? Die Frage ist halt nur, wie gut. Ich meine, du hattest ja den Level-Build, mit dem ist, ist schon... Ist besser gegangen, als wie mit meinem Ding jetzt da, aber... Ich fand Speerfeuer trotzdem noch mal besser. Jetzt so im Vergleich. Speerfeuer war trotzdem, also... Ja, schon ein Tick besser. Zum Low-Level. Also zumindest im Low-Level. Was nicht heißt, dass Hard Seeker nicht funktionieren, ne? Er steht da draußen, ganze Zeit. Komm doch rein. Warum steht da draußen, ganze Zeit? Ist das ein Drecksack? Jetzt ist er gestorben. Er lässt mich ganze Zeit das Leben abzapfen? Frechdachs. Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du Ja, will sie mir anschließen, glaube ich. Die, 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 die. Jetzt kommt der Boss, der uns gleich wieder one-shotten wird. Oh, 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 oh. Ah jetzt schleicht er sich. Warum lässt er mich jetzt allein? Let's go Sehr schön Ich hab's mir schon gedacht, dass er ablevel 50 Mein Plan war ja eigentlich ursprünglich bis level 50 mit Sperrfeuer und dann mit level 50 auf Hardseeker switchen Und man merkt halt jetzt mit den Paragon Punkten, dass Hardseeker auch gut abgeht eigentlich Also besser als davor So wie ich es auch gestern mit meinem Zauberer gemacht hab Weil nicht gestern, vorgestern war es Boah, ich könnte es aber probieren gegen Elias Ich weiß nicht, aber mit 51 Könnt klappen Auf den habe ich überhaupt keinen Bock Da braucht man zu lang gegen den, oder? Mehr mach ich nicht Ich weiß nicht, immer ich nicht Auf die Zahl haha Ist das wert? Ich weiß gar nicht, wie viel XP gibt denn der. Ich weiß gar nicht, wie viel XP gibt, aber ich weiß gar nicht, wie viel XP gibt. Das war's für heute. So, jetzt bin ich gespannt auf den, ich achte auf den XP-Balken jetzt. Das ist überhaupt nicht wert, das ist überhaupt nicht wert, das stinkt. Das ist überhaupt nicht wert, das ist überhaupt nicht wert, das ist überhaupt nicht wert. Aber doch mit dem Thema Lebensmittelpreise, die sind in Deutschland auch echt hochgegangen. Da habe ich ja vor ein paar Stunden geredet. Aber ja, ich weiß, überall, überall, aber im Vergleich zu den europäischen Ländern, ich habe halt so eine Liste gesehen, ist das halt abnormal in Österreich. Und das macht halt auch keinen Sinn, weil keiner versteht warum. Ich verstehe schon warum, dass halt alle mehr Geld haben wollen, aber die Politik macht halt nichts dagegen. Das ist halt das Traurige, wenn du etwas hast, worauf die Menschen angewiesen sind, da muss die Politik halt sich einschalten, damit das halt nicht... Das ist wie wenn du jetzt einfach sagst so, ja okay, Leitungswasser machen wir jetzt komplett teuer, ne? Das kannst du ja auch nicht einfach so machen. Da muss ich halt die Politik einschalten, aber bei uns schlafen die irgendwie. Also so im europäischen Vergleich sind unsere Preise extrem. Also wir sind da ziemlich weit oben. Zumindest stand das so im Artikel, was ich gesehen habe. Und ja, es ist abnormal im Vergleich zu vor ein paar Jahren halt, ne? Also du merkst es ja selbst, wenn du einkaufen bist und so. Das ist wirklich crazy. So wie gesagt, macht andere Dinge von mir aus teurer, okay, die man jetzt nicht unbedingt braucht. Ich meine, ist auch scheiße, klar. Aber nicht bei Lebensmitteln. Bei Lebensmitteln und Wasser, das kannst du halt nicht machen. Was ich auch schon? Und dann hast du einen Kanzler halt, dann hast du einen österreichischen Kanzler, der sich hinstellt und sagt, ja, beim McDonalds kriegt man ja eh eine warme Mahlzeit, ein Hamburger um 1,50 oder was, das ist halt, da fühlst du dich halt schon verarscht, also wem willst du verarscheln halt, ne, so das ist halt, keine Ahnung. Das ist einfach so freig. Oh, alles voll. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. australien level kippen preise anheben 23 euro die schachtel bis deppert das ist heftig aber gut ich meine das ist kein das jetzt nichts was du unbedingt brauchst nur zum überleben und so witzig also man hätte man die bauern kriegen kein geld aus meiner klasse meinte mal sie ist total arm aufgewachsen wenn sie sich einen traktor gekauft haben ging es halt mal nicht in den urlaub da haue ich mir halt auf den kopf ich weiß nicht ich glaube ich glaube es liegt gar nicht an den bauern direkt die bauern sind also ich bin tatsächlich auch auf der seite der bauern so weil bauern den bauern geht es da schon auch nicht so gut das ding ist was dazwischen ist zwischen konsumenten und bauern das sind halt diese großen großen konzerne diese märkte halten die machen halt dann den preis so hoch halt die kaufen billig und verkaufen teuer so und da muss die politik sich halt einschalten so keine ahnung und das machen die halt bei uns nicht ich würde gar nicht direkt so auf die bauern zeigen jetzt die sind halt genauso auf diese auf diese großkonzerne angewiesen wie wir halten so wen wenn sonst und sonst sonst haben es ja keine abnehmer ich bin am besten wäre es ja eh wenn es vom bauer bauern direkt zum konsumenten geht aber in der stadt ist halt ein bisschen schwieriger aber ja ich bin jetzt auch nicht zu in der materie drin aber ja das ist sowieso ein scheiß thema die eine die 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 Tittittittiethe. Bada papaba. Bapapau. Tittittittiri. Da habe ich das noch immer nicht, gell? Was war denn das nochmal? Wahrscheinlich nicht, ne? Verdammt. Oh, ein besseres Schwert. Oh, ein langer. Ein langer. Ahem. Das Glück begleitet euch. Plus 3 auf Krähenfüße. Oh mein Gott, Chance von bis zu 18% Gegner zwei Sekunden lang verwundbar zu machen. No way habe ich das da drauf. Ich brauche das, das brauche ich. Ich brauche das. Das ist cool, dass das am Amulett auch sein kann. Da, 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 da. Entfernte. Okay, passt. Ihr braucht Stahlarbeiten? Reparaturen? Hm. Mich hat es einfach geschockt, wie sie arm definiert. Ich war bisher zweimal im Urlaub in meinem Leben. Meine Familie und ich es uns nie leisten konnten. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst, klar. Das stimmt natürlich. Ein Bauer ist halt selten arm. Ich meine, die hakeln auch wie die Äxten. Also die arbeiten echt von früh bis Abend. Aber heutzutage. Ihr braucht Stahlarbeiten? Reparaturen? Ein Dolch? Boah, wie die Dolche haben. Hm. Ich meine, jetzt eigentlich ist es egal. Später wird es dann kritischer, denke ich. Ja, ist beides besser, klar. Muss ich nehmen. Oh, wie schön. Es ist da. Ich werde es nicht nutzen. Ich werde nur das Hinterteil, weil ich... Ich werde mich von dem Bösen. Party hat sie schon vorhin gepostet. Das hat das meiste erwischt. Krita, gute Nacht, schlaf gut. Du hast dein Schlaf, was du eh eigentlich verdient, ja. Bist ja schon lang wach, ne? Schlaf gut, schlaf gut, danke fürs Dabeisein. Oh, es sieht gleich wieder aus, ja. Ich glaube, jetzt würde ich mich trauen, gegen Allies zu fighten. Dadurch, dass wir jetzt dieses Amulett-Raum, was ich ziemlich cool finde. Und wir haben sehr viel, oh mein Gott, wir haben sehr viel Glut. Schnell hier hoch. Okay, der ist weg. No! Warum tauchen jetzt überall Schatz-Goblins auf? Das darf aber nicht wahr sein. Oh mein Gott. Wahrscheinlich wäre der Schatz-Goblin besser gewesen, wenn man den geholt hätte. Ich habe heute übrigens festgestellt, wenn ihr was braucht aus Deutschland, das in Österreich nicht verkauft wird, kann ich es euch jetzt bringen. Ich bin jetzt euer Dealer. Hast du noch vor, ab und zu nach Österreich zu kommen, wenn du umziehst oder was? Also hast du mit Österreich noch nicht ganz abgeschlossen. Seht nur. Was ist das für ein wildes Lied? Du, 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 du. So, hierhin. Probier was. Ähm, 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 ähm. Doch ein ein bisschen Goblin. Ja, der ist schnell umgekippt. Du, 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 du. Nein, durch mich 와. Das ist schon mal weg. Verflucht, dieser Ort ist verflucht. Ich glaube, ich werde ein bisschen ... Ich glaube, ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Es kommt schon viel Schaden. Ich glaube, ich lasse es noch. Ich kann jetzt die Zeit hier zu verschwenden. Das läuft, Junge. Ich will keine Zeit verschwenden. Ich bin eh schon ... Ich weiß nicht genau. Ich habe so das Gefühl, dass Elias mich One-Shotten wird. Ich habe so das Gefühl, dass ich die Leute in der Zeit herumschらppen. Ich bin der Zeit, die Leute im Geist. Ich bin der Zeit. Ich bin der Zeit. Ich bin der Zeit. Ich bin der Zeit. Ich will es ja selbst schaffen. Ich glaube, ich mache das noch nicht. Ich bin mir nicht sicher. Wir probieren es. Komm, wir probieren es. Ich werde es hier dann ziehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Das war's für heute. Bist du dir Käse? Bist du dir Käse? Bist du dir Käse? Ja, zwei Glyphen direkt. Nice. Aber was muss ich hier machen? Ah hier. Von der Seite hinein, ok. Ich habe es nicht in die fella, aber das kann ich nicht wissen. Ich bin ein, ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Ich bin ein. Blablabla Okay. Das war's für heute. Das wär auch cool gewesen, wenn das Pad irgendwie die Dinger da aufhebt, ne? Ja, die lilanen Animus, das Animus. Das ist eigentlich hier die Mehrzahl von Animus, Anime. Das ist das auch noch ein Spiel, was ich spiele. Ah, nicht das. Nein. Ups, jetzt hab ich weggeschaut. Ich dachte, das wär von Nia. Das Lied. Das klingt so Nia-mäßig irgendwie. Einmal kurz auf dem zweiten Liedschirm schauen. Aber Nia ist auch so ein Spiel... Gibt's ja auch zwei Teile tatsächlich. Nia Automata und Replikant. Boah, der hat mich weggehustet. Holy shit. Geht's los, ey. So wird mich Elias auch weg... Weghusten. Was hält denn der aus? Das ist der kleine Stinker. Der GZ darf. No, 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 no. Aber an Woody komme ich nicht ran. Na gut, der macht das ohne XP-Buff sogar, ne? An den kommt keiner ran, glaube ich. So schnell wieder leveled. Aber der hat das Spiel halt studiert, ne? Also der hat wirklich das Spiel studiert. Ich meine, es ist ja auch sein Job irgendwo, ne? Also der weiß ganz genau, wie Stats funktionieren. Der weiß, wie viel, wo du, wie lang musst und so weiter. Also in allen Dingen ist der uns weit voraus. Aber ganz ehrlich, also so viel Zeit, wie der in dieses Spiel auch reinsteckt, da hätte ich schon längst keinen Bock mehr auf Diablo. Also ich, ich, ich könnte das nicht, so wie er muss man halt dafür gemacht sein, ne? So, Elias. Schauen wir mal. Ich weiß nicht mehr, was der kam. Ah ja. So. Oh, chill. Okay, ging. Ging tatsächlich. Nooice. Ich habe mir den Stärker vorgestellt, irgendwie. Der war recht easy, eigentlich. Hm, 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 hm. Das ist auch ein gutes Amulett, aber kann ich noch nicht verwenden. Ich brauche diesen Stat einfach drauf. Das gibt mir so einen Damage Boost. ich brauche den Stärk friendships ready. thriving, últimopekt, Das ist auch mournING. Das ist wichtig. das ist verb объh 하나�isch, wagen. Ich hab es 我不 und das ist sehr angde tiempo sehr und und sp Ihr werdet zurückkehren. Die Sterne lügen nicht. Die Sterne lügen nicht. Wie schön. Da, 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 da. Wo ist der Wall hier? Ja, wenn man einen Gengar hat, ne? Also, kann man schon mal angeben damit. Mit einem Gengarino. So. World Tier 4. Let's go. Da werde ich jetzt auch wieder. Da werde ich jetzt merken, dass mein Schaden wahrscheinlich nicht ausreicht. So richtig. Da, 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 da. Zweideutig, ich habe da gar nicht so die Zweideutigkeit herauslesen können. Seinen Gengar? Hä? Okay, Schaden geht. Schaden geht gut. Warum denke ich immer, dass es zu wenig Schaden macht? Wir haben das voll abgeschwächt, gell? Vergleich zu früher. Ich glaube, früher war das, war das nicht so. Ist eher das Problem, dass ich mehr Schaden kriege hier. Alles wie... Was müssen wir nicht k ник testen completely. Das ist ganz sicher. Was library betart? Echt? Alles ist ganz escrever? Bist du mir nicht so... ne Counsel Passtet? Oh, nice, nice, nice. Oh, kann ich gar nicht tragen noch. Ein bisschen zu low. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, das ist wieder dieser Turm. Oh, da gehe ich raus. Das mache ich nicht. Ich habe fast keine... Keine Heap-Pulse mehr. Also man merkt, dass ich hier ein bisschen zu früh bin im World Tier 4. Oh, das ist ein bisschen zu früh. Oh, das ist ein bisschen zu früh. Oh, das ist ein bisschen zu früh. das ist dieser über drüber boss dem wir ja gar nicht machen ja das erkennt mich halt was meinst du nimm deine dolche als pfeile was meinst du sollst den mal zeigen was angst ist sobald ich sobald ich ein bisschen höher bin also wieder der Es sind zu viele! Warum sind da so viele, what the hell? Oh! Okay. Zack. Zack. Ja, ja, aber sobald ich Level 50 bin, wird es ein bisschen einfacher. Oh, gehört dazu halt, ne? Da, 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 da. Ups, das wollte ich nicht. Das war knapp. Weiß gar nicht, ob ich, äh... Oh ja, heilige Bolzen, hab ich schon. Der wird sicher helfen, ja. Ich gönne mir mal einen. Das sind die geilsten. Das ist der geilste. Der geilste Brot. Ey! Ich krieg den Drecksack nicht, ey. Exquisit. Ich bin voll in die falsche Richtung gesprungen. Nein, nein, nein! Du-du-du-du-du-du. Kann ich alles noch nicht tragen, verdammt. Ein Level noch. Let's go. Okay, das war zu viel Schaden auf einmal. Ich bin voll in die falsche Richtung. Ein whatever. Mmm. Okay. Das gibt es nicht, dass ich den nicht vorher gekillt habe, wenn ich was schon wieder gestorben Ich glaube nicht, dass ich das nicht mehr schlafen habe machen die sie wendt darf das war sein Ja, das brauche ich gar nicht machen. Brauche ich viel zu lang. Scheißdorf. Hm. Aber ich muss sagen, auch wenn ich nicht so viel Schaden mache, mir macht der Bild trotzdem Spaß. Das ist das Wichtigste, ne? Macht einfach, macht einfach Bock zu spielen. Hast du diesen, hast du eh den gleichen, den gleichen gespielt wie Juke Dread, gell? Wie der Sand und den gleichen Druiden, oder? Diesen Wirbelwind-Druiden da. Komm, ein Stückchen noch, dann haben wir ein neues Gier. Let's go. Let's go. Ein Stückchen noch. Let's go. So. Ja, wird alles besser sein wahrscheinlich. Dann wird's einfacher gehen jetzt. Da kann ich nix machen. Habt euch wohl. Habt günstige Winde. Meisterliche Arbeit. Ah, da ist eigentlich egal. Das habe ich hier auch noch nicht. Schleier. Oh, ich hab's. Nein, nein. Das ist es nicht. Scheiße. Aber ich nehm's trotzdem. Ich nehm's trotzdem. Ich nehm's trotzdem. Wir haben ja dunkler Schleier eigentlich. Geskillt wär blöd. Oh, 600. Holy moly. Ich nehm's, wenn ich ungefähr die Herbe Photoübergreise einsetze. Nein, das ist sehr gut. Ich nehm's, wenn ich das einsetze. Und ich nehme das. Ich nehme, ich nehme das. Das ist ein auch. Ich nehme das. Und ich nehme das. Und ich nehme das. Das ist ein Mann. Die Hose. Die Hose wäre aber besser, glaube ich, oder? Die Hose wäre besser, glaube ich. Die Hose wäre besser, glaube ich. So, weiter geht das Gieren. Okay. Okay. Ich könnte mir auch noch... Ich könnte mir auch noch... Stimmt, oh mein Gott, ich habe ja noch... Boah, aber wie die jetzt platzt, das schaust du an. Oh mein Gott. Das ist... ...einfach nur wegen an Schaden, ne? Wegen der Armbrust einfach nur. Das sieht schon besser aus. Und das ist immer ein geiles Gefühl dann, ne? Genau so ein Gefühl. Das ist einfach... Ich liebe dieses Gefühl dann. Einfach, wenn du weißt... Oh jetzt, jetzt geht's ab. Gibt's nicht, was ist mit dem? Ja. Ja. Das ist einfach. Okay. Da 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 Ich muss das halt gleich machen, weil ich habe ja Damage-Probleme, aber es wird schon langsam. Jetzt dann langsam noch auf die Stats gehen und let's go. Jetzt schaue ich noch nicht wegen Stats, also noch nicht groß wegen den Stats, aber sobald 8, 20 Items kommen, jetzt heißt es erstmal genießen hier, bisschen den Bild genießen. Schaden kassiere ich halt noch immer viel. Ah, ist cool, dass man so viele Glyphen direkt bekommt hier. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Oh, ich stand, ich stand einen Schritt in dem Ding drin, verdammt. Da ist wieder ein, ein, ein Gondino. Oh, ich bin so crazy. Nein, nein, nein! Vielleicht taucht gleich wieder ein Publino auf. Da ist er, da ist er. Hey, der Drecksack! Da 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 da! Hm. Ich habe keinen Schaden gekriegt, was der hell. Ich habe einen Schaden gekriegt, was er ist. Ich habe einen Schaden gekriegt, was er ist. Ich habe einen Schaden gekriegt. 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 Ich gehe mal zurück, denke ich. Oh, World Boss in 44 Minuten. Da werde ich doch glatt vorbeischauen. Wo habe ich etwas liegen lassen? Was? Was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was? 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 Das ist verrückt. Boah! Okay, das wird Rempelern jetzt. Und hier die auch noch. Ey, verrückt. Auch noch ein Schwert. Okay, das ist echt lucky jetzt gewesen. Die Glückstreffer-Chance ist immer gut. Besser als bei Null anzufangen. Hier auch noch mal ein richtig gutes Schwert. Boah, was da jetzt auf einmal droppt, ne? Wahnsinn. ... ... ... Das ist eh auch gar nicht so schlecht. Ups. ... ... ... ... ... ... Okay, jetzt werden wir reinböllern. Jetzt bin wir ziemlich sicher, dass wir reinböllern werden. Jetzt bin ich sicher, dass wir reinböllern. In allen Dingen steckt Magie. Ich zeige es euch. Es hat nur zwei Stats. Das stinkt ein bisschen. Verdammt. Helle Aura, hellere Seele. Ey, da warte ich auf was Gescheiteres. Oh. Oha. Ja, lauter gute Sachen. Crazy. Hallo. Hm. Das kann weg. Hä? 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 Ich bin hier. Bei den Ringen bin ich mir nicht sicher, eigentlich beide sind super, aber es heißt super. Meisterliche Arbeit. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Na, das brauchen wir eigentlich nicht. Nee, nee, nee. Hm? So, jetzt kann ich auch langsam hier die Juwelen reinsetzen. Welch Farbe und Glanz! Hütet euch vor dem Hinterbrang, was soll ich schon... Boah, ich hab echt Angst. Ich glaube, ich lass das noch mit dem Herden. Ja, aber ich schieß vor dem Herden. Oh, das wär so gut, das wär so gut. Projektile zweimal abgefeuert, oh, das wär so gut. Aber ich krieg das nicht. Ja, Einstich, super. Ich weiß, dass ich's nicht kriegen werd. Das darf nicht wahr sein, ey. Ich krieg das einfach nicht. Warum immer Einstich? Schon wieder Dauer. Das ist so unglaublich, ey. Ich drehe durch. Ich mach nur das zweite. Warte. Ich will's nicht versauen. Oh mein Gott, wir haben's mal. Das gibt's ja nicht. Was auch gelb halt noch, ne? Was auch gelb halt noch, ne? Ich bin's nicht versauen. Ich bin's nicht versauen. Ich bin's nicht versauen. Das war's für heute. So ein Dreck ist das, ey. Das darf nicht wahr sein, ey. Ich dreh durch. Ach, Schmutz. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Das blöde Härten. Einfach Schmutz. Huch, was geht denn jetzt ab? Äh, da unten sind wir wieder zu Hause. Hä, was ist jetzt? Was ist denn da los jetzt? Wo kann ich porten? Muss ich kurz neu starten, ne? Es gab ja einen Patch, gell? Warte mal, ich starte mal neu. Gibt's einen Patch? Ja, es gab einen Patch. Wahrscheinlich deswegen jetzt... War nur so kleiner. Können wir schon wieder rein. No, 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 no. Du, 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 du. So, jetzt bin ich gespannt, wie viel Schaden wir machen. Oh, ja, oh mein Gott, ja, das ist der Schaden, den ich brauche. Jetzt können wir auch langsam Nightmare Dungeons machen eigentlich. Oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh. Oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh, ja, oh. Holy moly Holy moly Holy moly Wah crazy Ish wieder fast voll Das war's. Das war's für heute. Wie schnell das hier geht mit dem Level. Wie schnell das hier geht mit dem Level. Wie schnell das hier geht. Wie schnell das hier geht mit dem Level. 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 Okay, ich bin jetzt nicht mehr bei denen in der Lobby, die gerade da waren. Aber gut, das gibt mir jetzt wieder Zeit hier, ein bisschen zu chillen, oder? Jemand hat den gerufen. Okay, ich bin jetzt hier. Okay, ich bin jetzt hier. Okay. Oh shit, oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh, ich habe so viel, so viel Loot gerade. Sind das die 925er? Nein. Ich habe 925er bekommen. Oh shit. 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 vergleich zu wollen was ein zwei items ausmachen das ist sick das ist richtig sick ich bin schon wieder fast 4 Das war's, was ich sehen? Ich weiß nicht, die niedrigen Sachen würde ich wegnehmen. Kann ich auch nicht tragen. Weltboss erscheint bald. Oh, jetzt macht es richtig Spaß. Jetzt macht der Heartseeker Rogue richtig Bock. Ja gut, dann checken wir das mal ab hier. Vor allem die Waffen. Wir werden giantach ambushen. Dann hohe Schäuer. Und hier, kein Guck. Ich weiß nicht, wie ich überhaupt noch qualif casting. Gut, die kann ich alle weg. Die Armbusdinge. Schade. Die Armbusdinge. 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 Oh, das finde ich besser, tatsächlich. Oh, das ist auch nicht schlecht, gell? Also, das Ding braucht man, glaube ich, in Aspekt... Nein, brauchen wir nicht. Verdammt. Ich dachte, wir brauchen den. Bis zum nächsten Mal. Hm. Das brauchen wir. Warum habe ich das immer auf dem Amulett? Verdammt. Das ist nicht schlecht. 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 Da haben wir es. Okay. 18 Punkte haben wir. Immer wenn ihr einem verwundbaren Gegner Schaden zufügt, dann leidet er 6 Sekunden lang 1% mehr Schaden von euch, bis zu einem Maximum von 25%. Boah, das ist wichtig. Das ist tatsächlich wichtig. Ich muss jetzt langsam auf mein Geld achten. Auch. Wild Boss in 5 Minuten. In Kejistan nehme ich. Da habe ich eh den Wegpunkt. Gut. Metzeln wir uns noch mal ein bisschen. Garant. Gut. 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 Na 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 Boah, das macht so Spaß jetzt Oh mein Gott Das macht so richtig Bock grad Was für ein spaßiger Bild das ist Crazy Kommt da noch einer Okay Oh ja hallo Ist doch noch der Endpass kommt Also diese zwei Minuten haben sich jetzt schon gelohnt Zwei Minuten die ich nur beim World Boss gewartet hätte Hmm Zeigen 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 Oh, ich habe gar keinen Titel, gell? Koggi. Irgendwas rotes, ja, das passt eigentlich eh. Hallo. Oh, der Boss. Das war's. Das war's mit dem Boss. Das ging schnell. Danko. Das war's. 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 Fünfzig Prozent. Okay. Okay. Wir nehmen den. ich nehme den verdammt obwohl der andere von einem ich meine es hat halt geschicklichkeit wenn das kann ich noch drauf zaubern ja aber das ist halt auch nicht ohne im zweiten erzucher ja das ist halt glückssache da kannst nichts machen was brauche ich ihn überhaupt nicht überwältigung schaden eigentlich hier geschicklichkeit haben wir direkt da ist okay ist jetzt nicht mehr so tragisch jetzt aber auch noch mal ein schwert oh yeah die schmiede ist bereit wenn ihr sie braucht glückstreffer chance das ist ein guter helm sehr guter helm der wäre auch nicht schlecht weil der ist besser da noch geschicklichkeit drauf und desktop wer auch besser das auch besser ja weg 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 brauchen wir nicht brauchen wir nicht das schwert brauchen wir das hat nur zwei stats warum hat der dreck nur zwei stats das wäre auch so ein guter das ist eine gute seite und nicht mit zwei stats was das ist gotcha gotcha Der Rest ist ganz vergessen. Okay. Sehr schön. Jetzt zwei Schwerter, zumindest mal. Okay. 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 Ich glaube, ich werde jetzt ein bisschen verzaubern. Oder sollen wir gleich härten? Härten kostet nix. Okay. 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 Wir wollen die, die Betäubung wollen wir. Das wäre nicht schlecht. Schauen wir mal was kriegen. Yes. Das gleiche Spielchen nochmal. Sehr gut. Okay. 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 Wir wollen wir wieder. Aber es ist gelb. Es ist gelb. Das mache ich noch nicht. Es ist eigentlich auch noch gelb. Eigentlich dumm von mir, die gelben Sachen zu machen. Also, hier war'sen. Das war'sen. Da wie war's denn? Sehr gut. Oh, oh. Houston, wir haben ein Problem. Scheiße. Yes. Oh, noch ein Maximum. Äh, im Shop, ja, da soll's glaube ich jetzt wieder ein neues Item geben. Stimmt, ja. Danke fürs Erinnern. Also soll's jetzt wieder was Neues geben? Was haben wir denn? Die Bürde des Albtraums. Uh, okay. Das ruft nach uns. Das ruft nach mir. Vor allem wenn's kostenlos ist, ja. Dann ruft's wirklich nach mir. Ich habe auf eure Rückkehr gewartet. Solide Wahl. Da-da-da-da-da-da-da-da. Okay. Ich wünsche euch Glück- und gute Geschäfte! Ich lasse das noch. Sonst... Na, dann schauen wir mal. Ähm... Monster Stufe 75 ist eigentlich okay. Ein weiterer glücklicher Kunde. Es sollten 20 Level über mir sein, so... 80 vielleicht. Die höheren vielleicht. Machen wir so einen. Ja, das ist gut. Na, ba, na, na, ba. Dann machen wir mal wieder ein... Ein Nightmare Dungeon mal. Let's go! Da ist vielleicht ein bisschen... Oh, mit dem Trank geht's. Aber ich glaube, da sollte ich doch ein bisschen runter. Mit dem Trank geht's gut. Und... ... ... Das war's für heute. Das war's. 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 Das war's.